Ask Us Anything, Marc. Wenn die Leute Fragen an uns haben, wie können die Leute denn Fragen stellen und, ja, wo müssen sie sich denn da melden? Im Discord. Wir haben in den Shownotes, beziehungsweise in den Beschreibungen, in der Videobeschreibung unten verlinkt, wie ihr auf den GameReel Discord-Server kommt. Dort gibt es einen Bereich für Radiodofnica, wo Ask Us Anything steht. Einfach da draufklicken, eure Frage eintippen. Bitte nicht zu lang und bitte eine Frage pro Post sozusagen, dass wir die anschließend abarbeiten können. Dann kommt früher oder später eure Frage bei uns im Podcast. Genau, und dann haben wir hier schon eine Frage von liplab1, der fragt Hey, ihr zwei, die MagicCon in Barcelona war ein absolutes Highlight. Ich stand zufällig neben Marc, als Marc Rosewater durch die Blume sagte, es sei, es ist nicht die letzte MagicCon in Europa. Deutschland ist als Standort leider ausgeschlossen. In welcher Stadt in Europa hättet ihr gerne die nächste MagicCon? Und ich glaube, wenn, also korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber den Kollegen Lipplap, den haben wir auch live vor Ort gesehen. Mit dem haben wir ja ein bisschen Zeit verbracht. Dementsprechend liebe Grüße an der Stelle. Absolut. Welche Stadt in Europa würdest du denn gerne eine MagicCon drin sehen? Boah, schwierig. Ich glaube, das Einfachste, was ich sagen würde, wäre Utrecht. Was einfach daran liegt, dass Utrecht für mich um die Ecke ist. Da fahre ich halt anderthalb Stunden hinter München-Utrecht. Prag ist, glaube ich, auch ganz nett hinzukommen. Gerade für, für, sagen wir mal, eher die östlichen Gefilde aus Deutschland, aber auch für uns eher weniger ein Problem. Und das wäre relativ günstig. Wenn ich jetzt mir das wünschen könnte und nicht so viel dafür bezahlen müsste und machen würde, würde ich wahrscheinlich sagen Kopenhagen, weil ich war noch nie in Kopenhagen und ich fände Kopenhagen cool. Ja. Ja, ich wäre auch tatsächlich so diese, diese Leiche. Nicht mehr im Süden. Ich hätte auch tatsächlich Lust, weiß nicht, Amsterdam, irgendwas, Dänemark, vielleicht sogar Luxemburg oder sowas, irgendwas so in die Richtung. Ich glaube auch London, also generell England, der Standort ist, glaube ich, tatsächlich ausgeschlossen so ein bisschen wegen Europa-Abgrenzungen. Ich weiß nicht ganz genau, woran es liegt, dass man es da nicht mehr machen könnte, theoretisch, aber daran hätte ich Bock. Ich glaube wirklich ein großes Feedback ist halt bitte kein südliches Land mehr mit tropischen Temperaturen im Hochsommer. Zumindest nicht im Sommer. Zumindest nicht im Sommer. Also Weihnachten super gerne, aber in der Richtung, ja, das wären so meine Gäste. So Mitteleuropa, vielleicht etwas nördlich, das wäre, das wäre ziemlich, ziemlich cool. Yes. Dann hier eine Frage, die stellt sich quasi direkt an dich und zwar Marius Hammann schreibt, guten Abend, wie viel Zeit sollte ich für den Judge Level 1 einplanen, beziehungsweise investieren? Du bist ja Judge Level 2, richtig? Yes. Wie viel Zeit hast du damals investiert in den Level 1? Nicht so viel, das liegt einfach daran, dass ich den halt irgendwie in einer Woche durchgeballert habe, weil ich halt auch schon vorher im Judge-Programm immer wieder Tests gemacht habe, mich sehr, sehr stark damit auseinandergesetzt habe, immer der Go-To-Mensch war, wenn es um Regeln geht. Wenn man jetzt noch nicht so 30 Jahre lang Magic spielt, gefühlt, ist es glaube ich ein bisschen, ein bisschen mehr Zeit. Die Videos, wenn man die anständig durcharbeitet, dauern halt wirklich lange. Wenn man sie nicht anständig durcharbeitet, ist man relativ zügig auch fertig. Plus vielleicht ein Fehlversuch, also drei Wochen drauf, also ich würde schon sagen, so zwei, drei Monate, ohne dass man jetzt durchgehend daran arbeitet, ist glaube ich schon legit, dass man das schafft, wenn man ein bisschen sich ranhält und das macht. Das wäre jetzt so mein Guess. Ja, das klingt auf jeden Fall realistisch, das ist auf jeden Fall eine gute Batzen Arbeit und man muss sich die Zeit halt wirklich dafür nehmen, was halt, das macht man jetzt nicht mehr so an einem Nachmittag. Dann haben wir hier eine Frage von Herr S., er fragt, hallo, was haltet ihr von Sorcery Contested Realm? Ähm, da frage ich an dich, was ist das? Ist das das, das, das Kickstarter Sorcery Kartenspiel, was mal geplant war? Ähm, soweit ich weiß, gibt es, gibt es, gibt es dieses TCG, ähm, und es ist halt was, was jetzt aktuell meiner Zwischenzeit nicht gehypt wurde, gerade von, ähm, Alpha Investments, der da ja stark, äh, ja, ja, obviously, der da stark, äh, investiert, äh, involviert war, sag ich mal. Ähm, ich hab mir das Spiel ehrlich gesagt null angeschaut, ähm, einfach aus dem Mund heraus, dass meine Augen aktuell auf anderen Spielen liegen, die ich sehr, sehr spannend finde, äh, unter Lokana könnt ihr, äh, hier auf dem Channel auch andere Videos finden, oder wenn ihr zuhört, könnt ihr jetzt auf YouTube gehen und coole Lokana-Videos auf, äh, dem Channel von, von Robin angucken. Ähm. Danke, danke. Und, äh, da liegt so eher der Fokus drauf, weil das ein sehr cooles Spiel ist, wie ich finde, ähm, und ansonsten halt eher so auf dem Allgemeinen, was aktuell abläuft. Das Sorcery Contested Rams war für mich nicht irgendwo ansatzweise interessant, als dass ich mir eingegangen hätte. Ja. Ich, also, einfach, also, ich hab, ich hab zu Sorcery nichts gelesen. Ich hab, glaub ich, einmal einen Kommentar gesehen zu Sorcery, ob ich auch was zu Sorcery machen würde, so auf dem Kanal, wo ich halt sagen muss, also, ich hab ja die Videos zu Lokana gemacht, weil ich eingeladen wurde, weil ich die Sachen bekommen habe, und ich dann denke, okay, dann hab ich da keinen Mehraufwand, da irgendwas zu machen. Also, ich mach die Dinger dann auf, ich rede so ein bisschen drüber, ich weiß halt, wie man's spielt. Und das Ding ist, äh, zu Sorcery hab ich halt keinen Bezugspunkt. Also, äh, es klingt für mich so ein bisschen nach nem wir versuchen die alte Magic The Gathering Zeit aus den 90ern zu, zu rekapitulieren. Also, auch gerade mit diesem Hint, so, okay, das eine ist Magic, das andere ist Sorcery, äh, okay, so ein bisschen ähnlich. Ähm, und, und das, so ein ähnliches Problem hatte ich schon bei Flash and Blood, dass ich irgendwie ohne so einen direkten Zugang, wo ich jetzt weiß, okay, jetzt kann ich mich damit auseinandersetzen, jetzt hab ich irgendwie was da, jetzt kann ich das irgendwie mal spielen, und jetzt kann ich das mal irgendwie testen. Fehlt mir halt einfach so dieser Zugang, und dementsprechend auch von meiner Seite aus keine, keine direkte Meinung zu Sorcery, ähm, keine Ahnung, wie man's spielt. Wenn ich mal Sorcery irgendwie in die Hände bekommen würde, und man eine Runde spielen kann, dann könnte ich dazu mehr sagen, aber, ähm, so muss das etwas unbeantwortet in dem Raum stehen bleiben. Ähm, dann haben wir noch eine Frage von Balou, der schreibt, hallo, wie macht ihr das, wenn ihr zufällig eine Karte diskarten müsst? Äh, lasst ihr den Gegner sie ziehen, oder macht ihr es selber? Also, quasi dieser Effekt, ähm, Opponent, Discards a Card at Random, wie wird das bestimmt? Oder wie bestimmst du das, Marc? Ähm, wenn ich in einem Freundschaftsspiel unterwegs bin, also so FNM mit, äh, bei uns ist FNM sehr familiär, muss man jetzt dabei sagen, ähm, also grad bei uns in der Lexi-Gruppe ist es sehr familiär, weil, ob wir jetzt im Store spielen würden, oder bei irgendjemandem zu Hause auf dem Sofa, es würde keinen Unterschied machen mit 20 Mann. Ähm, da flächere ich einfach meine Hand auf und sag, zieh einfach eine Karte. Auf einem Tournament, wenn ich zum Beispiel ähm, in Bottrop bin oder ähnliches, da ist es tatsächlich so, dass ich die Karten mische, auf den Tisch lege und durchzähle und den Gegner würfeln lasse. Das heißt, ähm, wenn ich fünf Karten hab, sag ich eins bis fünf, bei einer sechs musst du rerollen und dann muss er halt, ne, würfelt er eine Karte und ich lege genau diese Karte ab. Er berührt meine Karten nicht. Ja. Das ist eigentlich ein sehr guter Hinweis. Ich muss auch sagen, ich glaube, ich glaube, ich hatte so einen Effekt tatsächlich noch gar nicht in einem Competitive-Rahmen. Bei mir war das dann halt immer so, entweder Commander oder irgendwie Limited oder so und da ist halt dann wirklich, dann mischt man irgendwie die Handkarten, hält die so, wie ziehe eine Karte zum Zaubertrick und dann zieht man eine Karte raus und gut ist. Ähm, und ach komm, weil wir es sowieso schon halb fast beantwortet haben, von Jan Tenner, äh, die Frage, werdet ihr in Zukunft weiter über Lokana berichten und gegebenenfalls selbst spielen? Ähm, da würde ich einfach mal kurz selbst das Wort ergreifen. Äh, ich bin, ich war ja auf diesem Lokana-Event eingeladen worden von Ravensburger. Ich hab auch, ähm, tatsächlich heute zum Tag der Aufnahme zwei Boosterboxen von den ersten Schritten, von den First Steps bekommen. Kass. Und die haben wir heute gerippt, es wird auch noch ein Video dazu geben und tatsächlich ein Großteil meines Tages war es, wie ich mit meiner Freundin am Küchentisch saß, mit einem riesen Stapel Lokana-Karten überall und wie wir erste Decks gebaut haben, mit den verschiedenen Farben. Und zum zweiten Teil werdet ihr es spielen, ja, auf jeden Fall, ich hab's heute schon sehr viel gespielt und muss sagen, es macht sehr viel Spaß. Ähm, weiter drüber berichten, kommt drauf an, was du meinst. In Bezug auf Radio Raffnika würde ich's eher außen vor lassen, außer es hat irgendeine News, die sag ich mal, super relevant wär, wo wir jetzt sagen, okay, es gab ja ein Upper Deck, äh, ähm, äh, hier Anklage Geschichte, die grad am Laufen ist. Wenn da jetzt irgendwie rauskommt, Lokana muss vom Verkauf gestoppt werden oder so, dann würden wir das vermutlich in den News mit reinnehmen. Ähm, das also einfach nur, weil's halt allgemein gültig sehr, nicht irrelevant ist für Magic-Spieler. Radio Raffnika als Podcast soll halt primär Magic-The-Gathering-News beinhalten, zumindest aktuell. Ja. Ähm, und dementsprechend, äh, bei Radio Raffnika nicht, auf dem YouTube-Kanal hätte ich auf jeden Fall Bock. Und wenn du mal in Berlin bist, ich mein, ich hab die Karten da, ich hab ein paar Decks gebaut, ich würd sagen, wir zocken auf jeden Fall mal eine Runde Lokana, wenn du hier bist. Oder ich bring was mit, wenn ich in Siegen bin. Ähm, und daraus wird auf jeden Fall auch ein super Video gemacht, oder? Ja, denke auch. Grade so dieses Anfänger, wie, wie, bringe einem Anfänger das Spielball oder so, oder? Können wir bestimmt ein cooles Video draus machen. Hätte ich auch mega Bock drauf. Und, ähm, ja, ich find's super interessant. Ich find die Idee cool, mit den alten Disney-Charakteren ein bisschen zu spielen. Ja. Und, äh, ja, die Karten sind wunderhübsch und mal gucken, was daraus wird. Also, ich bin halt, ich bin sehr gebrandet davon, dass es sehr, sehr viele Kartenspiele da draußen gibt, die auch immer super krass gehypt gestartet sind und dann alle in der Nichtigkeit verschwunden sind. Das war mit dem Dragonball-Z-Spiel so, das Digimon-TCG. Ähm, das One Piece hört man auch fast nichts mehr von. Ja, es gibt dafür Communities und die sind nicht tot. Ja. Aber es ist halt nicht so krass, dass ich sagen würde, ich gebe dafür Zeit, die ich für Magic investieren könnte, dafür auf. Ja. Das hab ich inzwischen Zeit mal gemacht mit Yu-Gi-Oh! und so weiter. Das kann man mal zeitweise machen, aber durchgehend hat's bisher halt leider noch kein Spiel geschafft und dementsprechend sind das meistens dann eher so fertige Decks, die ich dann als Brettspieler, also wenn ich die Starter-Decks irgendwie bekommen könnte und die mal spielen könnte oder hier hätte, dann würde ich die Sleeven und würde die Starter-Decks in den Schrank stellen und sagen, hey, ich hol die raus zum Spiel. Ähnlich wie ich's mit Jumpstart oder so mache. Ja. Und das glaub ich wär ganz cool, aber ansonsten so aktiv jetzt Turniere, Grinden, Decks bauen oder sonst was, das seh ich tatsächlich aktuell nicht. Genau, und das ist halt auch eben das Ding, für mich ist auch klar, Lorkana wird wahrscheinlich Magic nie ersetzen, außer Magic macht jetzt irgendwas komplett krass falsch und ich merke auf einmal, oh, das gefällt mir irgendwie gar nicht mehr, was jetzt grad nicht den Anschein hat. Ähm, und wie du schon sagst, es wird halt, es ist halt wirklich nicht die Frage von dem ersten Release, ob's erfolgreich ist oder nicht, sondern es ist, ich würd sagen, der dritte, das dritte Booster-Produkt oder dritte oder vierte Booster-Set. Tatsächlich. Genau, das muss halt immer noch ein Brecher sein, die Leute müssen dann immer noch am Start sein, es muss sich eine Meta gebildet haben, es muss sich eine Turnierszene oder Die-Hard-Fans irgendwie getroffen haben, entweder im spielerischen Sinne oder im Sammelsinne und dann kann man, glaub ich, mit Sicherheit sagen, dass ein TCG erfolgreich war und diese Feuerprobe muss lakana noch bestehen, aber bis dahin freu ich mich auf jeden Fall über die ersten Brews und es ist auch, es ist auch einfach eine spaßige Seite, wenn du halt noch keine, du hast noch nicht die besten Karten, du liest einfach nur die Karten und es sind sehr viele Karten, die analog zu Magic halt funktionieren, so drei Mana, Ramp-Spell und so weiter und du denkst so, okay, kann das funktionieren und du experimentierst halt richtig herum und das macht, momentan macht's wirklich sehr viel Spaß damit herum zu experimentieren. Wie die Anfänge von Magic halt. Genau, wie die Anfänge von Magic, genau. Und in dem Sinne würde ich sagen, war's das, das für diese Woche von Radio Raffnika, wenn ihr mehr Fragen habt an uns, wenn ihr eure Lieblingsfrage noch nicht gestellt habt bei uns im Discord, dann kommt gerne in den Discord, stellt mehr Fragen und wir kommen früher oder später dazu, die zu beantworten. Wenn ihr uns supporten möchtet und wir werden euch sehr angeladen, dass wir das machen würdet, dann könnt ihr uns gerne abonnieren auf YouTube. Einmal Gamery, das ist der Kanal, wo ihr das hier gerade schaut, wenn ihr das auf YouTube schaut, oder Empty the Black Set, wo es fabelhafte Unboxings, Produktreviews und weitere Gameplay-Videos gibt. Gerne vorbeischauen, liken und eben abonnieren. Auch gerne fünf Sterne auf Spotify geben oder auf den Podcatcher eurer Wahl. Wir sind auf Social Media, wir haben beide Twitter, wir haben beide Instagram, alles verlinkt in der Videobeschreibung. Das heißt jetzt X. X. Wobei, super witzig, kleine Side-Tension, warum das ein riesen Fail ist. Der Markenname X ist schon gesichert von Microsoft wegen Xbox. Ja. Also, vielleicht heißt es nicht mehr lange X. Mal gucken. Dann natürlich vielen, vielen Dank auch an Holy, die uns wie jede Woche hier fuelen und mit den Codes Ravnica10 und Ravnica5 könnt ihr beim Einkauf bei Holy sparen und bekommt und könnt uns da mit einem Prozentsatz noch mit unterstützen. Dementsprechend vielen, vielen Dank an Holy und natürlich auch vielen, vielen Dank an unsere Patreon-Unterstützer, unter anderem BikerX, BusterMadison, KobiPower, CyberTop, EasyReader24, FixiH, Generalgötterspeise, JanWeb, Siren, SaschaH und SteffenHenne. Vielen, vielen Dank für euren monatlichen Support und auch vielen, vielen Dank, Mark, an dich für eine weitere Woche Radio Ravnica. Immer wieder gerne. Und dann hören wir bzw. sehen wir uns nächste Woche wieder. Haut rein, bis dann. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.